Wenn du von einer Suchmaschine auf eine Seite gelangt bist, auf der sich nun diese gesuchte Information befinden sollte, so kann es trotzdem noch recht aufwendig sein, diese entsprechende Information in einem so langen Angebot wieder zu finden. Da hilft dir die sogenannte Volltextsuche. Die findest du im Menü unter Suchen bzw. über Befehl oder Blumenkoll F auf dem Mac, Steuerung F auf Windows Geräten. Und hier kommt nun ein Suchfenster und wenn ich da nach Indiana suche, so wird mir angezeigt, dass dieser Begriff auf dieser Seite 19 mal vorkommt und diese Begriffe werden mir alle auch gleich farbig angezeigt bzw. ich kann über diese Pfeiltaste von Begriff zu Begriff springen und bin so sehr schnell bei einer sehr spezifischen Information.